Ja, hallo, Alex hier. Herzlich willkommen hier auf Russische Welt TV. In diesem Video, wie ihr sicherlich an der Überschrift unschwer erkennen konntet, geht es wieder um die aktuelle Situation eben in Weißrussland. Ja, ich empfehle euch auch meine ganzen vorherigen Videos, die ich zu diesem Thema gemacht habe. Werdet ihr hier irgendwo rund um das Video finden. Und was ich hier auf jeden Fall sagen will, ist, dass Belarus, also Weißrussland, nun das Land ist, welches auf der aktuellen Liste, welches jetzt an der Reihe ist, auf der Liste des Westens von den Ländern, wo eben in gewisser Weise unerwünschte Regierungen sind und welche eben unter Kontrolle als nächstes genommen werden müssen. Also jetzt nach Libyen, Syrien, Ukraine, jetzt Venezuela meinetwegen und Weißrussland ist jetzt eben heute dran. Der einzige Unterschied ist hier jetzt in dem Fall zum Beispiel zu Libyen, dass eben Weißrussland sich in einem Militärbündnis mit Russland befindet und der Westen dementsprechend jetzt nicht direkt militärisch da intervenieren kann. Von daher wird es eben nach dem sogenannten Hybridkrieg ablaufen, also sozusagen ein Krieg mit weitestgehend nicht militärischen, also mit mehr oder weniger gewaltlosen Mitteln, nennen wir es mal so. Und für den Westen ist das jetzt, also eigentlich hätten wir es auch irgendwann später machen können, aber warum die sich jetzt eben so beeilen, weil im Westen weiß man ganz genau, dass jetzt eben die letzte Chance ist, eben Weißrussland unter seine Kontrolle zu bringen, bevor eben Weißrussland endgültig sich dann irgendwie mit Russland zusammenschließt und dann, sage ich mal, auch alles zu spät ist. Nun hat sich nach dem selben Szenario, wie wir eben auch in Libyen gesehen haben, Syrien und so weiter und so fort, die ganze NATO zusammengeschlossen, der ganze Westen sich zusammengeschlossen, eben für einen hybriden Feldzug gegen Weißrussland. Und wie ich auch immer wieder gesagt habe, was auch in der Westenpropaganda immer wieder zu hören ist, was auch auf jeden Fall kein großes Geheimnis ist, ja, beziehungsweise, da muss man kein hochintelligenter Mensch sein, um das zu verstehen, dass Weißrussland gerade jetzt in der heutigen Situation, gerade in der Konfrontation jetzt mit dem gesamten Westen, der sich verbündet hat, dass Weißrussland eben nur mit Russland diese Situation bestehen kann, und zwar in einem sehr engen Bündnis mit Russland. Ich habe ja auch in der Vergangenheit, noch lange bevor dieses ganze Thema losging, ich glaube noch vor über einem Jahr, habe ich ja mehrere Videos gemacht zu der möglichen Wiedervereinigung Weißrusslands mit Russland, zu einem neuen gemeinsamen Staat. Und es gab natürlich die Hoffnung, dass das Ganze eben ganz einfach und reibungslos gehen wird, dass einfach beide Präsidenten da irgendwas unterschreiben, welche Papiere und schon, ja, geht das Ganze sozusagen wie von alleine. Ja, aber die Realität und auch die Geschichte, wenn wir die ganze Geschichte der Menschheit analysieren, nehmen wir jetzt irgendwie alle großen Imperien der ganzen Welt, ja, die sind im Endeffekt immer entstanden als, oder alle großen Imperien sind im Endeffekt immer entstanden als Resultat eines siegreichen, eines gewonnenen Krieges, beziehungsweise einer siegreichen Schlacht um das jeweilige Imperium. Und auch hier in dem Fall wird es, ja, leider, wenn man das so will, genau auf dasselbe hinauslaufen. Also das, was jetzt heute ist, eben in Weißrussland, in gewisser Weise kann man da auch schon von einem Krieg sprechen, ist im Endeffekt die große Entscheidungsschlacht für das neue, ja, sagen wir mal vorübergehende, für das neue vorübergehende Imperium, eben der Unionsstaat Russland-Weißrussland. Ja, also in diesem Fall geht es jetzt genau um dieses neue Imperium. Und wenn dieses Imperium erstmal erreicht ist, dann kümmern wir uns natürlich auch um die anderen ehemaligen Sowjetstaaten. Aber erstmal hoffen wir auf eine möglichst siegreiche Schlacht Russlands gegen den Westen, eben die Schlacht um den neuen, künftigen Unionsstaat Russland-Weißrussland. In diesem Sinne war es das auch schon. Danke, dass ihr zugeschaut habt, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.